Der 26. Tag des gottischen Monats Gier Der Geist der Sohnschaft Herr, Du hast mir den wunderbaren Geist der Sohnschaft gegeben. Durch ihn habe ich Erlösung von meinen Sünden und sehe Dich immer. Durch ihn sehe ich Dich, höre Deine Stimme, freue mich an Dir und denke über Dein Werk nach. Durch ihn rufe ich zu Deinem Vater wie ein Sohn und nenne ihn Vater. Mit ihm kleide ich mich in Tugend, Rechtschaffenheit und Reinheit. Mit ihm überwinde ich die Welt und alles, was in ihr ist, das Böse und seine Stolpersteine. Mit ihm lebe ich durch Dich, ich lerne von Deinem Leben und ich bleibe in Dir und Du in mir. Mein Herr Jesus Christus, erneuere Deinen Geist in mir. Erfülle mein Inneres mit Deiner Gegenwart und von Deinem Glück, Deinem Frieden und Deiner Gnade. Verwerfe alle Dunkelheit und Verwirrung.